Jetzt Bauer Call. Hallo liebe Freunde von den regionalen Rundfunkanstalten. Hier ist wieder euer Bauer Call und jetzt endlich mit die besinnlichen Wünsche für die Weihnachtszeit. Ja, wir sind mittendrin im Feiertag und was haben wir vorher noch gerechnet? 4, 5 Leute, Familien, Mathematik, alles was ersten Grades ist, darf kommen Kinder unter 14 nicht mitgezählt oder wie das war bei mir. Da war es keine Verwandtschaft ersten Grades, da war es nur Verwandtschaft höchsten Grades und wir haben es auch trotz der Bedingungen über die Runden gebracht. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Zeit zwischen die Jahre und dann hören wir uns neuer wieder. Und mein Slogan lautet, genießen, genießen, genießen. Wollten wir das nicht immer mal ganz ruhig und friedlich? Jetzt haben wir es. Schöne Feiertage. Das war unser Held vom Feld. Bauer Calls etwas anderer Wochenrückblick. Bauer Calls etwas honouriert. Das war unser Held vom Feld. Der